Mein Arbeitsalltag schaut so aus, wir haben in der Fuhr täglich eine Stehung. Ich komme mit meinem Team zusammen, wir besprechen, was war am Vortag los, was wird heute passieren. Der Arbeitsalltag ist immer abwechslungsreich. Das liegt natürlich auch an dem Projektgeschäft, dass wir ungewöhnliche Situationen auch zu meistern haben. Der Arbeitsalltag bei mir ist ein bunter Mix aus Besprechungen und technischen Abstimmungen und somit ist mein Tagesprogramm meistens sehr gut gefüllt. Wir sind eigentlich ein sehr gut eingespieltes Team. Man kann sich aufeinander verlassen, es ist immer die Unterstützung da von jedem. Was ich super finde bei uns, wir sind ein junges Team bei der Firma Phil. Es sind nicht nur Arbeitskollegen, sondern wir sind auch wirklich, egal in was für einem Bereich oder Abteilung, wir sind Freunde und verbringen auch gern nach der Arbeitszeit miteinander. Ich schätze an unserem Team, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen. Und das ermöglicht, dass wir sehr gute Lösungen ausarbeiten, weil die Meinung des anderen zählt. Und das macht das Niveau an Lösungen, das wir erreichen, einzigartig. Wir haben eine Gleitzeit, das heißt jeder, ob Langschläfer oder Frühaufsteher, kann sich die Zeiten idealerweise einteilen. Somit bleibt da genug Zeit für Freizeit, Familie, Freunde. Bei uns gibt es laufen Veranstaltungen, die was der Phil organisiert. Das ist einfach klasse, wenn man bis in die frühen Morgenstunden reinfeiern kann. Und da merkt man einfach, okay, das passt und da herrscht Harmonie und das funktioniert. Die Zusammenarbeit mit meiner Führungskraft läuft da los. Also ich kann immer zu einem kommen. Man kann über alles reden, Verbesserungsvorschläge. Und es wird auch, wenn ich einen Verbesserungsvorschlag habe, wird das auch erkannt und auch durchgeführt. Die größten Herausforderungen sind tagtäglich die beste Lösung zu suchen, was ja auch unser Claim ist. Wer die beste Lösung sucht, entwickelt gemeinsam mit viel seiner Zukunft. Und die beste Lösung ist aber viel Energie, bis man wirklich sagen kann, das ist sie. Am meisten Spaß bei meiner Arbeit macht mir das Arbeiten in der Technik und mit der Technik. Ob das Steuerungstechnik, Antriebstechnik oder Robotik ist, das sind alles Themen, die ich sehr spannend finde. Mir macht einfach sehr viel Spaß der Umgang mit Menschen. Mir macht es einfach sehr viel Spaß, wenn Kundschaften reinkommen und was zum Verzöhnen haben. Oder auch der Spaß mit meinen Kollegen, weil es einfach tagtäglich ein Gaudi ist und das ist einfach schön.